Ja, das kann man echt nicht unterstellen, Lukas. Ich spotte auch nicht. Ihr seid alle ekelhafteste Spotter, anders kommt es ja da nicht drauf. Nein, wir sind nur schlafen, das ist so. Du bist der ekelhafteste Spotter, du gehst wahrscheinlich heimlich in die Drohne. Genau, ich krieb hier meistens mit einer Drohne im Bett. Nein, nein, ich hau alle meine Drohnen meistens raus. Meistens retten sie mir das Leben und meistens bringen sie mir sogar einen Kiel. Ich suche den Zweikampf. Eindrucksvoll. Deswegen ist meine KT wo meine KT ist. Durchschnittlich 120er Verbindungen im Gegner-Team. Jo, gut. Kann irgendwer unten kommen, Färmein? Unten. Dann krieg ich sie irgendwo am Arsch, der ist unten. Kann das jetzt weg confirm, oder nicht? Ich fahr jetzt erst los. Musste noch Leute reporten. Händchen zugemacht, Jäger ist unten. Ah, hat sie mich gesehen. Okay, Markus, du spawnst die bei mir, oder? Ja. Aber ich glaube, ich brauch dich nicht so wie es gerade ausschaut. Da ist's rauf. Ich hab da Waldcam gehört in der Garage. Kaverda Hauptschlafzimmer. Warte, warte, Rainer, geh mit mir mit. Wollte geh. Was schaust du schon? Kaverda und Jäger Hauptschlafzimmer. Ist auf. Ja. Warum will ich nicht da drauf? Kannst du jetzt alleine gehen? Nein, ich geh mit. Frag mich, woran man da drauf wollte. Sauber. Rein, Clima setzen. Da ist ja einer. Da ist ein Cam irgendwo bei dir unten, Steff. Zerschiffst du mit mir in der Garage. Kaverda ist unten. Mit der Pumpe, Vorsicht. Da ist ein Cam unten am Walk, oder was ist da? Kaverda. Kavera. Mit Pumpe. What's hoffs? Oh. Ja, ich, da wiesch' leider nicht vorher Umgräse. Fuck, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ach, da war's für Hörgell. Oh. Markus dreht heute auf. War das? Nice solution, oder nice solution? Markus, ich sag auch. Ich wollte gerade meine Drohnen auspacken, da kommt die mit der Shotgun um die Ecke. Jetzt. Naja. Wo bei euch? Ja, oben ist einer raus gewesen. Ich hab keine Cam mehr, leider. Ich weiß nicht, wie's in dem Raum ausschaut. Was haben wir eigentlich? Geist, oder? Ich glaub, dass im Osten einer sitzt. Ich kann Cam. Ja. Äh, Valkyrie im Korridor. In der Tür. Hab was hin, Schatz? Von hinten. Hab ich. Achtung, ich mach da weiter auf. Ich hab den, ich hab die Tür im Blick, wenn da was reingehen will. Irgendwas ist ziemlich sicher auf meinem Spot hinten. 20 Sekunden. Ah, nicht mehr. Der sitzt ganz hinten hinter ihm. Ah, geh 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 geh. 50 Sekunden. 50 Sekunden. Leck mich. Danke. Danke. Sauber. Leck mich einfach. Kurz und prägnant. Der lag da. Ich dachte, der wär dahinter. Ja, ich glaub, der ist dahinter. Den hätt ich nie gesehen. Entschuldige. Wirklich. Pfff. Ja, den hab ich auch nicht gesehen. Ich hab nur gesehen von da, komm googeln. Bleist drauf. Ich hab ihn gesehen. Hier. Äh, Mute oder Bandit ist mir wurscht. Brauch mal einen, bitte. Ja, ich weiß, was der Gdys nimmt. Bissl Roma-heavy, oder? Da ist der Gdys noch. Dann muss ich gleich noch On-Spot bleiben. Okay. Ich mach die Edges oben. Eine Wand fahre bei mir noch. Äh, mach einer den. Mach einer die Box, oder? Ich schau's mal auf die. Ich hab nur noch eine Wand, ich kann's machen. Was? Ja, die können noch zugachen. Ich hab noch eine Wand. Achso, aber ich hab nur eine Wand. Ja, ich hab die andere da. Ja, dann schau's drauf, lass drauf. Ich hab die andere da. Passt schon. Ja, geht, was die andere geht. Box ist zu. ADS deployiert und bereit zu gehen. Machen wir die Tür zu, Steph, oder? Oder erst drauf. So ist offen, wenn du deine Arena musst. Okay. Lass offen. Lass offen. Der hat was geknallt. Alle Außencamps kaputt. gar da schon noch nichts ein bisschen angeht nur weiß jetzt wo ich bin jetzt war direkt unter mir scheiner die hälfte auf also ganz unter mir glaube ich auf eurer ebene schon da ist keine so dass sehe ich niemanden ja drücken durch ein geheimgang glas habe ich glaube ich hätte aber noch etwas gerissen ja Achtung ja die sind über den Tunnel diese Kreuz kommen immer irgendwann wenn ich schüttel bin ja also blackbeard piekt durch die tür geradeaus durch nach osten halt jetzt erst noch paar sekunden dann kann da marco smooten mhm prefire mp ist injured was jack will tot jack will im downstate aber fermet und jacky sind im gang von der garage aus steff bleibt am leben jacky ist im downstate fermet hilft ihm fermet äh bleib am leben Achtung klar stürm deine markus zwei stück wir nehmen aaaach schnapp schnapp ach das ist in hoher eischloch knapp aber es reicht die hätten noch deswegen sag ich bei bombe impact und stacheldraht ist obligatorisch die hätten noch 10 sekunden locker gebracht und im zweifelsfall steht der markus auch noch immer da schnapp schnapp aussmogen können aber stacheldraht wird jetzt genervt ja ja wird wohl also gerade in finde ehrlich gesagt so er ja dass es schneller durchlaufen kann ja merke schon damit ist noch weniger her grissi der psychospielchen grissi dir ist schon klar dass wir angreifen und auch dazu die drohnenfaser noch nicht mehr angefangen hat die bär drauf dass es auch mal unten jawohl mut ist mir schon entgegenkommen also achtung muten er hat noch nichts gemutet ich packe meine drone im nebnerraum da wo ich war das ist ein guter mute scheiße alter ich muss jetzt was war da in der garage was na nix in der garage ich hab da was gehört irgendwo ich hab meine drohne gerade da ist jemand ja unten wahrscheinlich wieder oder einer ist oben in der gerade oben er hat die garagen zuerst gemacht ah ich sehe es die kühlraumtür ist offen leute und markus ich brauch die die kühlraumtür ist zu aber markus ich brauch dich scheiße verfehlt was haben wir zusammen getoastet dürfte keiner mehr sein da ist gerade was rausgelaufen kommen das problem ist ich will wieder in die garage ach so da ist zu garage ist frei ich komm schon ich komm schon da ist noch einer da ist noch einer da ist ein wald bei mir da ist ein wald bei mir da ist ein wald bei einem tunnel oder eine gerade unten tunnel garage ist clear ok kreisir wie schaut das bei dir aus der vordaum da unten ist auch wenn es ihr droppt aber dann in dem schmalen gang das volk oben oder runter kann man droppen der anfang ist sauber ja weiter hinten da in dieser maschine die da ist wurde entdeckt jetzt irgendwann kam direkt über den eingang leute ich brauche jetzt einen da langsam hier bei mir das komme ich nicht weiter wenn ich keinen trug krieg achtung ich bin wieder entdeckt irgendwo bei uns hier unten muss auch noch eine cam sein ja platz 4 auf kurz auf kurz ist der links links ist der marcus links auf kurz rechts in der tür wo du durch bist ist eine kamera übrigens ich habe keine cam mehr die kap kurz und Welker ist in Blue? Scheiße! Äh, Mute ist Anspot. Äh, jetzt ist rechts gekommen. Fuck. Ich hab einen Spitz in. Na, ich glaub nach der Runde lass es dann gut sein für heute. Mhm. Wir müssen noch zwei mindestens spielen. Müssen du ich sterben. Ich find auf der Map Kaviera hat das Problem, dass die Maps klein ist wieder. Klein? Nee. Es staut sich. Es staut sich. Ja, das Problem ist es staut sich alles. Weil im Endeffekt wenn du es jetzt überlegst. Schlafzimmer. Wo könntest einen da wischen zum Derogaten? Derogaten gar nicht. Hm? Kann sein von Serverraum, äh, versuchen was zu snatchen. Aber... Wird die Waffe scheiße. Langsam. Auf die Größe. 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 kreis dich auf dem Dach. was. WTF? ja klar ich hab mich leuchten gesehen sanat und drinnen oder geile meint abgleich die wand hier ist offen doch weg auf dem aufspritzen als stef ich hab meine drei löcher in stings reingeschossen damit ich durch sie wenn sich die farbe verändert dreimal darfst ratten wärmlich leuchten gesehen hat ja das ist ja krise von dem operator bei einer zum fitness die waren tot du bist bargeld oder konzentriert euch nur aufs fenster ich sehe wenn irgendwas zu dir nach oben also wenn irgendwas am dach oben ist oder wenn verhindert ihr was kommt ich bin nicht so schnell zum fenster geht zum fenster geht zum netzter das war zu groß gerund ich war direkt da ich war dort wo ich immer bin ja ich habe glace getötet ja es war auch unlucky dass glace mich mal wieder leuchten gesehen hat wie glace getötet ja 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 da bleibt ans bot am nächsten mal das okay so sehr kann man house of diesen operator ausdrücken doch ich könnte checks bis an dann geht es vielleicht ich meine wir können noch was anderes ausprobieren dass man bar gehen nächste runde ein bargeldraum bar gibt es nicht per kaisler ein bargeldraum auf gar keinen fall es kommt auch nach oben könnten auch probieren was denn ja was sagt ihr dazu strip club mit mute mit mute und bandit müsse hat man strip club eigentlich ganz gut treffen können haben wir einen fetcher überhaupt gehabt bis jetzt irgendwelche fenster gehen schon auf schade dass sie in der bargeldraum sind hätte ich mich dann erst geschossen die cdv ist noch leer tschuldigung gräse ich durfte mal Ich zerstörte die Cam Zwei Batterien zerschellt Markus machst du auch Ist die TV immer noch leer? Ja Markus Schellt den Bart Ich geh mal rüber Achtung da drüben ist einer Steff Chris ich denke ich muss ihn aufheben Durch ein Smoke durch Bandit ist ausgedannt wo ich war Vorhin Mit dem Holo Steff ich stehe direkt vor der Geisel Ja und dann Der Tod Einer CCTV Valkyrie City ist in Immer noch da CCTV Meine Drohne ist jetzt weg ich brauch's Smoke ist bei der Hedge Achtung weil Chrissi da hinter uns ist Pass auf die Schirr ist da in Rücken Lukas Kannst du dich vom Dach oben vielleicht bekämpfen? Ne Mach Fenster auf die geht zur Seite raus Da 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 Ja Ich hab's in den Arsch abischt Ja ich kann sie von oben theoretisch gesehen bekämpfen Ja ich kann sie von oben theoretisch gesehen bekämpfen Wie sind wir noch da drinnen? Die rennt weg Ich hab's in den Arsch abischt Ich hab's in den Arsch abischt Du bist der Dach Ich hab's in den Arsch abischt Das ist so ein Scheiß nimm was anderes aus montagne warum bin ich jetzt schuld du bist nicht schuld aber es tut mir wirklich leid wo ich geben markus recht dieser operator ist so situell einfach nur das ist nur für bombe gut nicht für geisel du bringst kann um du hast keinen signifikanten vorteil bei der geisel nein hätte der steffe zum beispiel die rauchgranaten nachgeworfen hätte die geisel du weißt schon dass wo du rein bist dass ich schon mindestens 20 hallo hallo strip club oder was probieren wir bandit wäre noch ganz gut ich wurde so ziemlich am anfang von bandit gekillt weil der rausgehauen das kann ich nicht viel machen wenn er mir nicht sofort angezeigt wird na das wichtigste für mich ist grise du tötest einfach wenn du einen operator mit quer spielst mit montagne tötest nicht oder wenig und entgegengesetzt aller meinungen es kommt bei dem spiel schon aufs töten ja wie gesagt es tut mir leid aber der operator ist so situell einfach 80 prozent der zeit ist er einfach unnötig dieser spot könnte mir scheiß drauf ich glaube da ist auch schon was und meine damen und herren es ist gesicht da geht gleich die tür die außentür schon auf der erste spot ist gut da jackl hat mich ich war nur da hinten das heißt er ist da drüben hier ist die außentür aufhöhung der schwein hat hier weggemacht wo ist der fisch im Meer im Meer ich bin blind ich bin geflasht alter wo ist der er ist draußen äh du müsstest dir so alter das ist nicht offen bei der garage draußen geradeaus durch mein loch durch müsstest du ihn sehen eigentlich ich bin tot ich bin tot ich glaube ich habe fetcher erlegt sie mich am Anfang gleich nein fetcher habe ich jetzt gekillt ich bin tot ich bin tot Okay, dann neust's. Sledge war's dann bei dir. Hä? Sledge kann's bei dir gewesen sein. Na du hast grad eben Sledge erlegt. Nein, Thatcher. Ja, aber der Typ hat bei mir in der Killcam den Hammer am Rücken gehabt. Ja, das war Sledge, aber Sledge war unten, aber der hat mich getötet. Ich hab in jeden Fall irgendwas SES-artiges gekillt. Die werden jetzt sicher wieder runtergekommen. Ja, wieder runter. Äh... Ja, geht's hier wieder mit vollem Druck da durch? Ach... Markus, ich brauch wahrscheinlich wieder ein Dings. Äh, ähm... Rainer, du kannst eigentlich bei denen bei der Garage anfangen. Ich muss nur beim Lukas drüben kurz schauen, ob die Box offen ist und dann geh ich schon Garage rüber. Ah, ja. Du kannst eigentlich mit denen schon mal die Garage sichern. Hühh! Und... Hühh! Da unten. Sacre blöd. Rook und ein Jäger oder Bandit habe ich gesehen. Ich glaube es war ein Jäger. Ah, die rennen wieder zu mir. Achtung, wir haben eine Walk. Ist das schon verstärkt? Insertion in 5 Sekunden. Ist beides verstärkt, Lukas, oder? Nein, ist das überhaupt nichts verstärkt, glaube ich. Also, die sind auch nicht verstärkt in der Bar. Doch, jetzt ist es verstärkt. Ne, die in der Bar war nicht verstärkt. Nur auch Seiten, oder? Ja, ich glaube, ich weiß auch, was der erreichen will damit. Soll ich da die andere aufmachen? Nein, scheißtoff. Ich bin auf Fallschwung gelaufen. Nein, nein, geht schon. Okay, passt. Wer geht denn mit über Garage noch? Ja, schön, ich komm schon. Ich bin auf Fallschwung gelaufen. Ich scanne. Ja, Rook ist im Geheimgang. Ja, bei mir setzt die Luft raus, da geht nichts mehr. So weit ist alles frei. Rook ist im Geheimgang. Rook kommt jetzt zurück. Rook schaut auf eure Tür. Rook schaut auf eure Tür. Achtung, Rook im Geheimgang. Rook im Geheimgang. Wieso? Was? Was deckt keiner? Es ist auch noch einer im Blue. Links. Was deckt keiner? Auflang. Keine Ahnung. Das ist Auflang. Das ist Auflang. Wir sollten vielleicht lieber die Treppe gehen, ne? Ich hab da vier geschossen, wo der Mute hat. Ich weiß nicht wie viele Kugeln von mir geschluckt. Bis der endlich im Downstate war. Durch diese ständige Hin und Her gelaufe. Wollen wir nicht einen Clubraum? Naja, Strip-Club, Schwachsinn. Clubraum. Obwohl er jetzt nicht aufpasst, mein Gehirn hat... Den Dienst lang... Mein Gehirn quittiert den Dienst langsam. Ja, dann motivier's noch für zwei aggressive Runden jetzt. Bin ich das schon zweistellig? Nein, aber gleich. Ganz ehrlich, die Hedge in der Küche mach ich gar nicht zu. Oder geht's da sich auch aus? Scheiss drauf. Wichtig ist spiel in der Power. Ich spiel mal nie, Roma. Welchen 1 zu體циern? Schwer, esarlos zur Zeit.- Und не fool. Losere sieht Ihnen letten President. Du hast den eats. vor sting den Toddler, wer ? Wir liegen nicht aus. Mr. das schaut. Es kommt an und ein noch ab. Ele. え! Bei los machen. Er optimum es für die Hände. Sie nicht wundern. darböchtlich. Passt! einer geht über garage jackald rund ist der schon drinnen noch nicht hat einer die treppentür aufgemacht das war ich kommt rein ist drin deswegen der grund ist das ist der kaputtgang hat die cam das war so mit der durchschießen ich fühle mich nicht so wohl mit der verlangen richtlinie wenn ich alles richtig mache sollte hat nichts passieren glas ist im geheimtunnel wenigstens 2 im geheimtunnel das waren zwei wichtige Keine Ahnung Glass Sword Sieht jemand checken? Keine Ahnung Ich höre eine Breed in Charge Ja Hatch geht auf Hatch und Armory ist offen Küche Lukas kannst du da hinten diese Wand da sichern? Welche? Ja die hinter mir da Ich schau hier drauf Markus Also hier Was mit der Hatch? Oh einer Secret Tunnel Fang an Narkos Fang an Ha 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 Er war böse War der schon drin? Ich bin da hinten Ich sitze hier in der Tür Das ist die Art und Weise wie man Tunnel Def trug Merkt er das? Okay Jetzt müssen sie entweder Strip schuppen Hibana Firmite Fetcher Vollgas Wieviel Claymore Warnere Flamite Fetcher Die gehen sicher wieder nach oben Spawnt einer dort beim Strip Club dort bei der Tür mit Claymore Ja genau Ja genau Ja genau Mach ich Entweder er stirbt Oder er Oder er Oder er hat sich zurückkriechen Dann muss ein Buddy vor ihm raus und muss ihm helfen Also erst einmal die Spawnkiller überleben Hä? Spawnkiller? Sicher welcher Ich hab bis jetzt noch keinen einzigen Spawnkiller gesehen Doch Bandit hat es vor allem gespwnkelt Ja sind wir da oben Bracky Kamera im Treppenhaus Ha 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 Unterfallen Eine Klima stellen wir dann bei dem einen Fenster hin Weil der da wo Waik hinten rausküpft ist Die Seitenwand zum äh Geld ist äh Nicht verstärkt Naja das war es vorher auch nicht Da war Bandit vorher Ja Aber wenn er Spawnkillen kann Da halbwegs Äh Markus Ja Stellst du die Claymore dort hinten zu dem Fenster? Ja Abstellen Abstellen Ganz schnell Einer ist in der Duscher EMP Kommt Wartet noch kurz Bis ich am Dach bin Das ist die Wand hier Gehen Richtig Einer ist Trip Club Ich wurde zerfriert vom Pulse Ich stehe auf der Hedge Halt im Fitnessraum Halt im Fitnessraum Äh Oder ist das Fitnessraum? Ich weiß nicht Äh Daneben Noch mal C4 Wow Wow Geist vom Bargeld Raum Ja das war von uns da Die hat Hit Walk Es ist im Trappnhaus Die ist im Trappnhaus Ja, geil. Sehr, sehr geil. Einfach mal im Zweifelsfall, Yolo, die Geisel. Dazu darf man auch noch einen Geisel holen. Ja, zweistellig. Ich möchte mich hier bei Puls bedanken, der schön liegend krabbelnd zu mir gekommen ist, um mir den zehnten Kill noch zu geben. Gut, wollen wir es nicht überreizen. Reicht für heute. Mit seinen Arzt. Mit seinen Arzt herfragen. Machen wir gut.